Schön, dich endlich kennenzulernen. Dich auch. Kann ich dich was fragen? Wieso macht ihr Frauen das? Wieso gebt ihr Männern eure Nummer, wenn ihr nichts von ihnen wollt? Wieso, wieso schickt ihr ihnen den ganzen Tag witzige Nachrichten? Das ist, im Namen des weiblichen Geschlechts, welches dich so oft versetzt hat, eine Entschuldigung. Her mit den Mädels. Wir gehen jetzt zu dir, oder nicht? Böses Mädchen. Oh ja. Ich glaub, mein Auto steht noch vor der Bar, also... Verdammt. Ich fahr nicht hin. Also, das ist echt nicht gut. Oh mein Gott. Leg dich doch nicht auf. Die stehen hier einfach alle... Jetzt nicht einpissen. Ich hatte mal was mit einem Mädchen, die hat wirklich die ganze Zeit geschrieben. Das war so ätzend. Ach, unhöflich. Findest du nicht, wir sind über die... Woher kommst du Smalltalk-Phase hinaus, Crack? Ich heiße geil, ja. Der Spaß kommt für uns erst, naja, wenn wir, wenn wir kommen. Volltrottel. Ich meine nur, dass es keinen Grund gibt, wieso wir nicht ehrlich zueinander sein sollten. Was war deine längste Beziehung? Wiese? Nicht cool. Sehe ich wie ein Epileptiker aus, wenn ich komme? Okay, okay, hab's kapiert. Ich sollte jetzt wirklich nicht hier sein. Wenn du rechtzeitig abgehauen wärst, wie dich das für ein Wunderstand gehört, dann wären wir jetzt nicht hier. Ich höh, dass... Ja, ihr könnt ihr es nicht hier sein. Ich weiß nicht, wie wir es sind.